Der nächste Saison, genau, geht so ein bisschen in das, es zeigt so ein bisschen unser, es schildert so ein bisschen unser Leben, es ist ein wildes Leben, es ist irgendwie mit ganz vielen Konzerten verbunden, wir werden auch oft gefragt, Mensch, wie ist das, sie spielt ja jeden Abend nach Konzerten und das machen wir schon seit vielen, vielen Jahren und haben über 3000 Konzerte gespielt, jeder in unterschiedlichen Formationen, Axel Zwingberger ist öfter auch dabei mit Eko-Reiten, Rapp auf Tour und Gottfried Böttcher und es ist immer wirklich ein buntes Miteinander, aber das ist die Urform, das ist die Urbesetzung, wie wir heute Abend hier auftreten und ja, wir werden natürlich, wie gesagt, oft gefragt, Mensch, ist das immer so gewesen, dass wir irgendwie so viel Konzerte geben, da ist so viel los und die Leute tanzen, nein, das ist natürlich nicht immer so gewesen, wir haben auch ganz ruhige Jahre verlebt mit ganz viel diszipliniertem Lebensstil, wir sind wirklich früh ins Bett gegangen, haben keinen Alkohol getrunken, waren wirklich zeitig immer zu Hause, haben gar nicht mit Frauen telefoniert und keine Konzerte, gar nichts, haben uns wirklich gut drauf vorbereitet, auch das kommt dann sind wir in die Schule gekommen und was dann anfiel, das schildert so ein bisschen das nächste Lied, Shake, Rattle and Roll und wir würden uns freuen, wenn Sie den Refrain mitsingen, Shake, Rattle and Roll. Musik 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 All right. I said shake, rattle and blow, shake, rattle and blow, shake, rattle and blow, shake, rattle and blow. Well, you won't do a thing if you ain't got a dog or soul. Thank you. Thank you. Yes.